moin moin und willkommen bei der besser malen challenge wenn ihr euch jetzt fragt ja was will sie denn von uns die sara ich habe so eine kleine challenge aufgerufen das heißt wir malen fünf wochen lang an bestimmten tagen in der woche nach einem bestimmten plan und sinn und zweck ist es dass man nach fünf wochen sagt okay ich habe mich halt definitiv verbessert momentan ist der erste tag der erste dezember also wenn er noch mit einsteigen wird dann könnte das machen wenn er später guckt dann die videos sind alle in der playlist dann könnt ihr das natürlich auch später irgendwann machen und euch halt mit den videos so ein bisschen voran helfen ich habe schon ein vorbereiten video gemacht das ging letzte woche online und jetzt haben wir praktisch die erste woche oder den ersten tag und wollen mal gucken was wir machen und zwar wollen wir erst mal eine grundierung erreichen das heißt wir nehmen uns halt hier diese figur die wir halt voll grundiert haben und tragen alle grund töne sorgsam auf das heißt jeder part oder jeder große part an der figur schon mal bemalt ich möchte dass ihr euch ihr mühe gibt und möglichst sauber malt das muss man normalerweise nicht immer so machen beim color blocking das kann man halt nachher noch reparieren normalerweise aber als besondere übung möchte ich jetzt dass ihr die parts halt wirklich schön sauber abtrennt das hat wirklich alles auch so ein bisschen so eine farbe hat und ja das habe ich da so ein bisschen dran übt dass ihr halt auch wirklich schön sauber malt für die leute die gesandelt haben habe ich kann ich noch als vorschlag machen ihr könnt euch mal am lasieren versuchen das sieht man hier beim schweiner ein bisschen so an diesen hautfalten das heißt ihr verdünnt eure farbe ganz doll und dass sie transparent ist und geht macht so 12 schichten rüber dass das sendet ihr euch erhalten bleibt also der schattenwurf und dann lasiert ihr die farbe nur reinheit für die gesendelt gemacht haben und das mal ausprobieren wollen weil es ist um einiges schwieriger die farbe halt sauber zu kontrollieren wenn sie halt lasierend ist das heißt wenn sie sehr flüssig ist deswegen für die fortgeschrittenen so ein bisschen ja probiert doch einfach mal das aus für den rest wie gesagt schön sauber alles eintragen oder einmalen was ihr halt habt ihr seht halt hier schon bei dem hund habe ich nicht alles gemacht und zwar diese ganzen kleinen details sowas wie schneiden oder gläser oder hier noch das säckchen oder so das braucht ihr nicht ihr wollt nur erst mal praktisch ja sehen wie eure figur zum schluss aussehen soll und das heißt halt auch dass ihr ein bestimmtes farbschema habt der könnte euch das farbrad zu hilfe nehmen darüber habe ich auch schon mal gesprochen verlinke ich euch auch mal unten und dass er euch praktisch ein farbschema aussucht hier habe ich zum beispiel gesagt machen wir lila mit gelb das sind sehr schöne kontrastreiche farben und ja dann könnt ihr halt erst mal kriegt erst mal so ein gefühl wie halt die figur zum schluss aussehen sollte was er noch ändern müsste oder so zum beispiel finde ich jetzt hier dass der gurt so sehr die farbe von dem hund hat muss man gucken ob wir die farbe noch ändern oder die später halt anders waschen aber dass man schon mal so ein gefühl hatte wie die figur halt später dann mal aussehen soll das color blocking ist jetzt nicht die einzige möglichkeit so was zu machen ich verwende das eigentlich eher selten aber habe das halt hier mal gemacht ich finde das ist ein guter anfang und das ist auch immer wieder eine gute übung halt einfach um zu gucken sauber malen wie möchte ich das farbschema haben ich mache das vor allem wenn ich halt mit den farbschemen probleme habe dass ich halt erst mal praktisch alle farben ausmale bevor ich halt weitermache dass ich das schon mal down habe und dass das schon mal geklärt ist sozusagen so für die fortgeschritten die sich ein bisschen mehr challenging wollen mache ich jetzt wollte ich jetzt in jedem video so eine kleine challenge aufrufe machen und das wäre dann halt benutzt für dieses farb blocken bei einer figur wenn ihr mehrere mal bei einer figur eine farbe die ihr noch nie benutzt habt oder sehr selten also wenn ihr das kennt ich habe das zum beispiel auch wenn ich hier mal farbregel gucke manche farben habe ich halt noch nie geöffnet und ja guckt mal welche noch nie benutzt habt oder wie der hier die halt extrem selten benutzt hat und integriert die neue farbschema ich habe jetzt hier dieses blasse gelb mal genutzt weil da habe ich immer darum gegriffen das war mir ein bisschen zu blassheit einfach und ja ich habe das jetzt hier halt einfach mal eingebaut einfach mal testweise dass man auch mal ein bisschen zu anderen farben greift oder auch zu ungeliebten farben ich kenne das auch von freunden und bekannten die malen vor allem ja bei der bei dem männlichen teil der bevölkerung dass zum beispiel lilas und pinks sehr gerne liegen gelassen werden was ja eigentlich an sich auch schöne farben sind die wirken auch auf figuren sehr gut deswegen falls ihr so eine farbe habt dann benutzt die mal ja und so malte euch halt hier durch guckt hat immer wieder wie gesagt ihr könnt das farbrat zur hilfe nehmen oder malt halt einfach so wie es euch gefällt hier mit den büchern habe ich jetzt einfach gedacht ich nehme mir so ein bisschen so eine ausgesättigte farbe und eine schöne orange eine katze drauf also es muss auch nicht nach farbschema sein lasst euch da so ein bisschen leiten wie gesagt wichtig diese woche ist halt dass ihr sauber malt und dass das wirklich sauber abgetrennt ist dass sie halt erstmal so einen sauberen grundstock habt um dann weiterzumachen ja dann hoffe ich ihr habt spaß fangt und fangt mit immer fotos weil ich habe vor am ende dieser fünf wochen dass ihr mir fotos schicken könnt ich richte die e mailadresse noch ein wenn es schon eingerichtet ist dann schreibe ich sie auch unten in der beschreibung und dann könnt ihr mir bilder schicken und am ende der fünf wochen machen wir einfach ein video mit euren ganzen fotos was er so gemacht habt was er so gemalt habt ihr müsst euch auch wie gesagt gar nicht an meine videos irgendwie groß halten die sollen nur als hilfe sein als stütze sein und als motivation sein dass ihr halt weiter mal ihr könnt auch einfach nur so diese fünf wochen malen an diesem mit diesem zeitplan halt mit dieser zeit aufteilung und dann bilder schicken oder wenn ihr auch schon weiter seid wie gesagt macht was ihr wollt wichtig ist halt wirklich an dieser challenge dass ihr halt diesen bestimmten zeitplan habt dass ihr einfach eine bestimmte mahlzeit zusammen bekommt dann sehen wir uns nächste woche habt viel spaß beim malen bis zum nächsten mal eine schnelle sache noch die ich eben vergessen habe zu sagen wenn ihr einen gelben oder einen weißen fläche malen wollt dann könnt ihr natürlich eure beiden farben die ihr euch ja zulegen sollte benutzen das jetzt hier ein kaki nicht das uniform brown aber ihr könnt auch eine ähnliche farbe nehmen ich habe jetzt nicht gehört das uniform brown gibt es gerade nicht also ein helles gelbes braun könnt ihr halt nehmen ja und wenn ihr da halt irgendwie weiße oder helle flächen habt die dann hellgrau werden sollen zum beispiel oder halt gelb dann nimmt er das unten drunter und wenn er nicht alleine malen wollte dann vergesst nicht am mittwoch ist immer live malen bei mir auf sarah malt bei twitch link ist unten in der video beschreibung das heißt wenn ihr eure zwei stunden mahlzeit nicht alleine verbringen wollt dann schau doch einfach mal rein dann bis dann tschüss